Nehmen Sie Platz, ganz ruhig. Fühlen Sie sich in meinem Büro wie zu Hause. Also, Sir, was gibt's denn für ein Problem? Nun, ähm... Kommt Sie, Papa, na komm schon! Meine Frau hat mich schwer an den Eiern gepackt. Das ist Ihr Job. Das sollten Sie respektieren. Also, für mich klingt das so, als wollten Sie ihm seine... Wenn eine Ehe ins Schleudern gerät... Schatz, mein Schlüssel geht nicht. Können wir darüber reden? ...und es darum geht, ein Vermögen zu schützen, dann ist Miles Messi der Beste, den es gibt. Habe ich das richtig verstanden? Trotz absolut nachweisbarer Untreue Ihrerseits? Soll Ihre zutiefst gekränkte Frau leer ausgehen? Ist das vielleicht möglich? Es ist eine Herausforderung. Euer Ehren, ich rufe auf Heinz, den Baron Kraus von ESPY. Ein Mann, der es gewohnt ist, zu gewinnen. Hat sie spezifiziert, was für eine Art von Ehemann sie gesucht hat? Sie sagte, sie möchte einen unheimlich reichen Ehemann. Ist drauf und dran, sein Herz zu verlieren. An eine Frau. Sie sieht ja an, eine Athletin in Höchstform. Entschuldige mich. Die bereit ist, zurückzubeißen. Ich wäre entzückt. Gehehrt, genau genommen. Howard! Sie haben ihn nach ihrem Ex-Mann benannt? Ich bin sentimental. Meine Freunde, Miles Messi ist heute hier, um euch zu sagen, dass die Liebe uns keine Angst einjagen muss. Ich nehme an, Sie sind Fleischfresser. Oh, Mr. Messi. Sie haben ja keine Ahnung. Dass wir uns der Liebe wegen nicht schämen müssen. Einspruch, euer Ehren! Wirken eines Zeugen! Ich würde es zulassen. Liebe ist gut. Marilyn, was für eine angenehme... Wer sind Sie denn? Howard und ich wollen heiraten. Servieren Sie ihn ab. Das könnte Sie Ihre Zulassung kosten. Sie faszinieren mich. Ein unmöglicher Härtefall.